jo leute herzlich kommen zu minecraft bero folge 13 bei mir und beim lieben die rex folge 12 und jahre join du hast das schwert noch aufgesammelt ich habe mich erst voller schocken soll es eben level fahren und dann können wir auch schon mit 2 machen das erste aber lass jetzt dann wirklich jetzt mache ich dann kümmere ich mich voll ganz um die bücher okay kann mit gleich noch mal shop 2 machen dann brauche ich noch mal zwei shop 1 zweimal shop 1 immer dahinten so ein bisschen lang oh mein gott hier welche knapp was gestorben wird immer pass auf wenn du im nether stirbst dann darfst du nie wieder was über simon sagen deswegen darfst du nicht sagen haha simon nether dann bist nämlich selber krepiert der arme simon ist erst mal ein bero 1 hat das war so ein trauriger moment wo du einfach du siehst so ne 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 und in diesem zeitlupe schon diesen blocks abgeben das war schon traurig oder bei stegi stegi ist so oft im nether gestorben der ist jedes mal im nether gestorben jedes war ja aber nicht nicht aus dummheit sondern einmal wurden die auch gesnipet und ich weiß von und und die falle oder warte jedes mal weiß kann wie ist er denn in baro 3 doch mir einmal ist jedoch direkt am anfang das war nämlich expert oder ich weiß es nicht ich hab voll die vorher meine brüche ja so ab und zu ich hab mich verlaufen schon ich steh einfach ein paar blöcke davon weg und verlaufen so ich mache jetzt jetzt bei schutz 2 gut so nächstes buch nächstes buch nächstes buch nächstes buch nächstes buch ich krieg keinen schutz drauf dann mache ich wieder dann mache ich wieder ein holzschwert vielleicht kriege ich dann noch das wäre gut zum boosten ja rückstoß wann und rückstoße ich würde schon bei drei level noch mal ein schutzbuch kriegen ja komm mach oder ja ich brauche jetzt aber drei level ich hab kein level das ist das ist das Problem das gefühl das bei mir verlegen ich habe genug level nur ich bin grad etwas weiter weg gelaufen weiß zwar noch wo unsere sachen sind aber aber ich habe halt kein level und bei mir habe ich voll die frame einbrüche wie viel fps hast du? 200 und bei mir aber irgendwie habe ich das gefühl keine ahnung das ruckelt voll das ist ein anzeigefehle ich habe nie im leben 300 fps grad während der aufnahme aufnahme läuft aber auch im richtigen profil oder ja alles richtig alles easy ich habe 16 level jetzt gleich ich habe 16 level jetzt gleich nice also ich schätze mal ich schaff diese folge noch meinen scharfen eventuell ich habe 16 level jetzt schon komm jetzt mal zurück und mach schon mal wieder ein bisschen was hab ich auch ein paar level ach du bist da oben ich muss aber kurz was essen ja mach ruhig so tragisch auch nicht nur nicht zu viel nur wenn du nicht mehr sprinten kannst weißt du wir müssen ja solange wir full life haben nicht voll regen hast du deine eisenrüsten eigentlich komplett entcharted? ich nicht ja ich nicht hab ich nie gemacht weil wir ja die bierrüstung hatten aber egal so ich habe ein knockback boost schwert auf holz das macht dir also auch kaum schaden das macht 4 tech damage das heißt du kriegst eigentlich kein herz abgezogen ah fuck alter na Junge nein bitte nicht wenn sag Vilo ok ja zwei herzen schutzbuch soll ich meine rüstung komplett schutz machen erstmal und dann deine? jo mach mal oder soll ich erst deine chest dann haben wir beide auf jeden fall schutz 2 soll sie nicht schutz ja komm ne ich mach erstmal eine komplette rüstung schutz 2 ich weiß nicht ob sie immer ein full schutz 2 ist ich denke schon und raptus auch ich denk die sind schon voll ich brauch 6 level dann würde ich schutz kriegen hab aber nicht so viel wie viel level hast du? zwölf und ich muss grad 6 machen du bist mega leise du bist mega leise jetzt klar warum bist du so ich sag wenn es wieder geht geht grad nicht ok alle hä du musst man kann sich lauter stellen bei Skype ne ist ja klar hä ich rede aber normal wie sie grad auf ja aber dein Mikro hat sich grad irgendwie verstellt hä gehts jetzt wieder oder? nein geht nicht besser? nein keine art ja scheiße ich kann dich halt auch nicht lauter stellen geht nicht warte mal wenn man mich wenigstens etwas hört dann ist ja ok ja aber keine ahnung wenn ich Musik hinterlegt und so ich muss ja auch die sport dann bin ich halt mega laut ja juck rein sechs level die werde ich gar nicht wieder brav obwohl die sechs gehen ja in der 1.8 gar nicht ganz weg das sieht immer so beschissen aus wir müssen mit unserem voll iron rumlaufen ne ist so ich denke ich krieg die ganze zeit keinen schärfen was ist das denn? schutzbuch ich mach jetzt den helm auf schutz schutz 2 jetzt bin ich gleich voll schutz 2 ok gut ey ich krieg mal wieder schärfe ich hab eins ich hab eins ich hab zwei ja ok ich krieg jetzt erstmal nichts warte vielleicht sollten wir auch langsam mal die bürgen machen oder? ich craft mal ne chest ich brauch 10 level damit ich charb 4 haltbarkeit 2 hab 10 fucking level das krieg ich doch hin Hashtag lame wir sind so lame ja aber momentan ist es einfach wirklich lame ich würd eigentlich gerne mal langsam kämpfen aber ja ach was ja aber geht nicht ne also muscle fight müssen wir wir könnten auch schon vorher einmal fighten aber ich krieg ich krieg ah fuck ich krieg nur quer ne bringt nichts wir haben ja abgesprochen mit denen dass wir jetzt in muscle fight dann alle kämpfen aber leute muscle fight wird dann gemetzelt das kann schnell aber auch kurz gehen da müssen wir wenn wir da zu sehr drauf gehen wir dürfen nicht vergessen das ist kein 2v1 das ist ein 2v2 das ist ein 2v2 we1v1 we1v1 und we2 oder so das ist glaube ich 2v2 we2v2 und we1v1 und we1v1 und die alle zusammen das dürfen wir nicht vergessen das ist mega oh mein gott das wäre jetzt so mein tot grad fast gewesen das wäre jetzt so mein tot grad fast gewesen ich bin so über der laber ne wenn jetzt mich ein ghast abschließt dann bin ich tot enderpearls haben wir keine ne ja scheiße sollten vielleicht auch mal machen ja wir sollten vielleicht auch mal enderpearls machen also machen können wir sie nicht ja farben halten ab das können wir aber keine machen tränke können wir leider auch nicht machen das können wir nicht machen tränke ja leider nicht damit wären wir einfach voll im vorteil ja wenn wir healpots haben dann können wir auch auf deine schutzrüstung scheißen dann gehen wir auch auf bogen ohne spaß dann gehen wir auf bogen machen bogen schaden und potten renn weg und potten einfach wenn die uns hätten ist zwar vielleicht etwas lame aber gegen simon und raptus wäre das auf jeden fall clever ja passt doch zu unserem namen ne ja aber gegen simon und raptus wäre das sogar echt echt clever nur das ding ist wir können halt keine healpots machen ja leider nicht ich werde dafür das wird gleich mal in die andere richtung gehen weil hier ist einfach nicht klar also ich schätze simon hat power 4 mindestens ist halt echt so einfach weil ja kommen wir hier geht ich gehe jetzt mal in einer anderen richtung fahren weil hier ist nichts ach als wenn wir nur noch 5 Minuten haben so ich muss schon wieder halt glaube ich einen bogen entstanden damit aber egal wir brauchen eh bösen ich krieg kein schutzbuch mehr scheiß ich mache ich einen power bogen halte und verschwendet level mein gott also fuck ich muss wieder einen bogen machen ich habe jetzt gleich so gut also ich habe jetzt ja ich krieg schutzbuch bei drei level ich habe jetzt mein nächstes shop 4 und dann bräuch wieder so um die 20 level wollen wir die pikmans killen die geben auch level ne 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 das gehen kein risiko ein ne 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 habe ich gar kein boss drauf ja ist ja uns eigentlich die scheiß wie ich meine sie sind easy zu sehen nur die kleinen schnellen die gehen wir auf die eier machen wir kennen die nicht nein oder ich mache eben neuen ambos macht das auf vier level das wieder schutzbuch okay dann habe ich jetzt gleich full schutz und ich brauche und ich brauche jetzt nur 31 level warum ich habe fünf haltbarkeit verbrennung sein aber ein 1 und 3 soll ich machen so ich mache jetzt eine schutz 2 ja ich würde sagen ich mir fehlt mir fehlen ein level dann kann ich schutz zwei schuhe machen ich kenne pigments ist mir so ein ein doch so egal die geben level doch ich kenne jetzt geben mega level die kommt von allen seiten jung hinter dir und dich und die tage nämlich dich nicht kannst du ja dort mit ich wollte eigentlich nur die level haben und da es sich jetzt dann ist es sich jetzt der rottenfleisch und alles gut nein gas 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 und wo ich weiß auch nicht hinter dir ich esse hier mein robotenflash so ich mache jetzt unser ganzes zuckerrohr zu papier weil das brauchen wir für deine schutzrüstung ok vier bücher jedes muss jetzt schutz kommen ich bei zwei level würde ich schutz kriegen habe aber nur eins lirax komm lass dein schwert und dann lass guck mal falls wir das nicht schaffen sollten wir es mit einem schwert dann müssen wir prott machen von daher kommen dann geht halt level aus wir müssen aber deine brotrüstung noch nicht liegen im notfall kämpfst du halt mit schärfen vier ist auch nicht der untergang ob sache ich glaube da habe ich jetzt unnötig level ausgegeben wir machen das noch wir machen das noch aber ane du kriegst ja eh keinen was da vergisst es macht ein schwert weiter macht ein schwert da unten ist noch ein gas wixer gas drehung level nein nicht ihre x nicht einsammeln auf dann fand ich gleich Ich muss jetzt etwas lassen. Lass beide hier drüben jetzt mal fahren. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich brauch zu wenig Level, dann hätte ich einfach dieses scheiß Schutzbuch. Da oben baue ich mich jetzt hoch. Sag mir, wenn Gas kommt. Nein, bau dich nicht da hoch. Wenn ich stirb, ist es so. Du musst halt alles in meinem Umkreis abballern, dass die Angriffbogen kommt. Mit deinen zwei Pfeilen. Ich krieg die Scheiß einfach nicht. Nein, das sind nur noch ein paar Sekunden. Wie, Reax? Jo. Okay, ein paar Sekunden. So Leute, das war es auch mit dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Schnapp beim Lyrics vorbei und ciao. Ciao.